Ein herzliches Willkommen im Klickauf, hier im Forstmeister in Schönheide. Mein Name ist Cornelia Göbel und ich bin hier die Küchenchefin. Ich zeige Ihnen heute ein schönes Pfefferkuchenrezept von unserer Oma Walli. Und zwar brauchen wir Mehl, Zucker, Zitronat, Rosinen, Hauselnüsse, Mandeln, Eier, Backpulver, Lebkuchengewürz, Kakao, Butter und Milch. Zuerst mische ich die losen Teile zusammen, also den Kakao, das Lebkuchengewürz. Ich habe ein fertiges genommen, man kann es sich aber auch selbst zusammenstellen und das Backpulver. Die Pfefferkuchen gehen relativ leicht und schnell. Man kann sie auch schon am selben Tag noch essen, wenn man möchte. Dann tue ich den Zitronat hinein. Ich lasse alles grob, damit die Pfefferkuchen noch Biss haben. Wer es jetzt feiner möchte, kann sich das gerne zerkleinern. Oder wer keine Haselnüsse mag, kann dafür Walnüsse nehmen oder ganz weglassen. Das ist Ihnen überlassen. So, jetzt menge ich das nochmal durch. Es duftet schon richtig gut nach Weihnachten. So, dann machen wir die Milch dazu. Die Zutaten sollten alle Zimmertemperatur haben, damit sich das alles besser vermengt. Die Butter und auch wirklich Butter nehmen. Das Butter ist Geschmacksträger. So, jetzt mache ich die Eier rein. Ich schlage jedes Einzelne auf. Da wird es sicher sein, dass kein Schlechtes dabei ist. Wir wollen ja die guten Zutaten. Und jetzt alles gut durchmengen. Ich nehme auch die Hände, weil ich muss den Teig fühlen. Wer das nicht so gerne mag, nimmt halt den Knethaken. Das ist ein relativ fester Teig. So, jetzt habe ich den Teig gut durchgeknetet, dass sich alle Zutaten gut verbinden. Es ist ein ziemlich fester Teig, aber trotzdem noch geschmeidisch. Jetzt geben wir den Teig auf die Obladen. Ich werde schon mal den Ofen vorheizen. Und zwar Umluft und 150 Grad. So, jetzt nehme ich die Obladen. Ich nehme Durchmesser 8 Zentimeter. Sie können gerne kleinere Pfefferkuchen backen. Aber Sie werden merken, es ist besser auf großen Obladen, weil sie wirklich lecker sind. Wir können das mit einem Löffel portionieren. Ich mache erst mal kleine Häufchen. Unsere Pfefferkuchen muss man auf den Obladen etwas glatt streichen, weil sie enthalten ja keine Potasche, kein Hirschernsalz und laufen deshalb nicht breit. Und wirklich mit, entweder Sie nehmen ein Messer oder Sie nehmen einen Teigschaber und ruhig bis zum Rand. Das ist eigentlich das Langwierigste an der ganzen Sache. Pfefferkuchen nicht so hoch, aber auch nicht ganz so flach, damit sie dann am Ende beim Backen nicht ganz so trocken werden werden. Klappt nicht immer so mit dem Löffel, aber man hat ja genug Masse. Ich nehme zum Portionieren einen Kugelausstecher fürs Eis, damit jeder die gleiche Menge hat. Aber für zu Hause reicht auch der Löffel. Jetzt haben wir unsere Obladen alle beschmiert und ich lege sie jetzt aufs Blech. Wie gesagt, sie laufen nicht breit, deshalb kann man sie auch schön dicht an dicht auflegen. Und dann backen wir sie zwölf Minuten. Wie gesagt, bei Niedrigtemperatur 150 Grad. Während unsere Pfefferkuchen backen, schmelze ich schon mal die Couverture. Ich nehme dunkle Couverture, aber sie können auch gerne Vollmilch dazu nehmen. Das dauert ein kleines bisschen. Aber wir haben ja noch Zeit. Ich bevorzuge Chips, die braucht man nicht teilen. Und die schmelzen auch ganz leicht. Aber es geht auch jeder andere Block Couverture. So, unsere Couverture ist jetzt geschmolzen. Ich nehme die heraus. Aufpassen, dass die Couverture nicht so heiß wird. Sonst wird der Schokoladenüberzug trüb. Dann schmelze ich noch unsere weiße Couverture. Also ich garniere die Pfefferkuchen nicht mit Zuckerstreuseln, sondern einfach nur mit weißer Couverture. Weil zu Oma Wallis Zeiten gab es bunte Streuseln und dergleichen nicht zu kaufen. Bei der weißen Couverture muss man sehr aufpassen. Die enthält ja kein Kakao. Da ist entzogen. Und da ist es mit dem Schmelzen etwas schwierig. Ich ziehe dann immer runter und lasse es gerne noch etwas stehen, damit die von alleine schmilzt. Dann wird sie fest. Also hier ist es vorsichtig geboten mit dem kochenen Wasserboot. So, ein kleines bisschen noch. So, das reicht schon. Gut. Unsere Pfefferkuchen sind fertig. Riecht ganz lecker. Und jetzt lassen wir sie ca. 10 Minuten abkühlen, ehe wir sie schokoladieren. Ich lege sie vom Blech runter auf ein Tablett, wo wir sie dann mit der Couverture bestreichen. Und es kühlt auch schneller ab. Wunderbar. Schön weich. Unsere Pfefferkuchen sind jetzt abgekühlt. Und ich bestreiche sie mit einem Pinsel. Schön ringsherum. Ich verziere die Lebkuchen einfach mit ein bisschen von der weißen Kuffertüre. Diese bunten Streusel würden den Geschmack beeinträchtigen. Und wir wollen ja den reinen Geschmack unserer Pfefferkuchen. Übrigens, Pfefferkuchen stammt aus dem Mittelalter. Weil sämtliche orientalischen Gewürze als Pfeffer bezeichnet worden sind. So, und nun sind sie fertig. Wir lassen es noch auskühlen. Und dann halten sie sich in einer Blechdose. Wenn sie sich halten und nicht schon vorher aufgegessen sind, auf alle Fälle bis Weihnachten.